gut geklaut ist besser gespielt das ist die große frage um die wir uns heute mal beschäftigen ja es geht um taresland ja gerade neu frisch erschienen seit gestern sind die server online und wir wollen uns der frage beschäftigen ist es geklaut was ist geklaut ist es ein klon von wo ist es dadurch ein besseres spiel oder es ist nur ein billiger abklatsch ja und damit heiße ich dich herzlich willkommen mein name ist andré schön dass du da bist und ja mein kanal dreht sich nur um mmo rpgs wenn du auch bock auf so was hast ja dann würde ich mich freuen wenn du jetzt mal auf dem abo button drücken würdest und natürlich die glocke machst und dann kannst du nichts verpassen auf meinem kanal siehst du let's plays guides und natürlich live streams alles nur in der welt der mmos so und heute beschäftigen wir uns jetzt mit dem thema taresland gerade frisch erschienen und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen nach so vielen jahren mmo spiel sucht und erfahrung wenn neues spiel natürlich nach so langer zeit rauskommt muss ich natürlich auch dabei sein und das probieren so taresland wurde heiß angekündigt aber mit einem ganz großen manko es soll der neue wo w killer sein oder besser gesagt es soll ja es soll ein wo w klonen sein was auch immer den satz kennen wir den kennen wir zu gut seit 20 jahren mittlerweile kennen wir diesen satz egal welches spiel damals nach wo w auf den markt gekommen ist alles waren wo w killer und davon hat es heute keiner geschafft auch nur an wo w ranzukommen viele spiele oder einige spiele wurden sogar eingestammt viele spiele wurden von abo modell zu free to play modell und so weiter aber jedes spiel hat seine berechtigung gefunden aber keines hat es geschafft einmal zu sagen ja der wo w killer ist da so jetzt ist die frage bei taresland ob es das natürlich ist und das werden wir jetzt beleuchten und zwar ja ich bin natürlich gestern eingestiegen und habe ordentlich gespielt habe das level cap erreicht was gestern erst mal gesetzt wurde von level 20 und konnte schon einige erfahrungen mitnehmen ja die sachen basieren sich natürlich auf meine einschätzung und wenn euch noch was natürlich dazu aufgefallen ist dann hat es mir einfach unten einfach in die kommentare ein genau ja jetzt kommen wir erst mal zu der hauptgeschichte es geht um world of warcraft und es sieht dem spiel schon ähnlich also vom look her ja ist auch ein verspielter comic look zeitlos und so weiter meiner meinung nach von der grafik her noch ein ticken besser schöne beleuchtung sehr abgerundet sah ganz gut aus was mir als erstes aufgefallen ist ist natürlich das klassensystem man kommt ins menü man hat neun verschiedene klassen die man zur wahl hat und da kommt ein natürlich schon standardmäßig einiges bekannt vor was aber nicht heißen muss dass es von ww geklaut ist weil viele mmos haben den krieger viele mmos haben den jäger das ist jetzt nichts neues natürlich klar sind die alle gleich es gibt den feuer magier es gibt den frost magier es gibt den paladin da genau auch schutz und heilen kann gibt den krieger ja und so weiter diese die ganzen klassen können natürlich ww nah sein müssen aber nicht heißen dass sie kopiert sind ganz klare sache von daher würde ich einfach sagen ist vielleicht ein dummer zufall kann sich jeder so auslegen wie er gerne möchte die welt und die charaktere erinnern am anfang in dem startgebiet auch ganz gut an ww wir erkennen von den von dem volk was uns da begegnet diese großen ich nenne sie mal den tauren ja würde ich jetzt sagen diese großen bullenartigen figuren die wird schon damals im ww die schon ein eigenes volk ein plätzchen eingenommen haben uns natürlich stark daran erinnern ja das ist halt einfach von ww von der welt her da komme ich gleich noch ein bisschen mehr dazu was ich noch aufgeschrieben habe was mir auf jeden fall aufgefallen ist auf jeden fall wenn du dann schon gehst in dungeons gibt es ein paar addons was ich aber ganz cool finde da möchte ich schon mal schon mal jetzt schon mal so einen kleinen schon mal was dazu sagen dass ich es gar nicht verkehrt finde wenn sich ein spiel irgendwo was abguckt und meiner meinung nach für mich das gute rausnimmt und es in seinem spiel einbaut was ich vielleicht aus drei verschiedenen spielen hat kenne und damit haben wir zum beispiel den damage meter die damage meter standardmäßig im spiel integriert seht ihr oben rechts wenn ihr in einem dungeon reingeht finde ich total super bräuchten installieren sie sofort wer hier den meisten schaden macht und dann ist mir noch aufgefallen die deadly boss mod kennt ja auch jeder von euch ihr geht in den dungeon oder ein raid und kriegt die ansage was der boss als nächstes zu tun hat genau das gleiche habe ich weiteres land auch gesehen es wird hier immer vorgesagt zwar nicht in sekunden das ist bei wo wie anders mit dem mit dem mod dass in drei sekunden oder zehn sekunden kommt ja die attacke die der boss macht sondern es kommt direkt die ansage der boss macht jetzt das und das und dann musst du dich darauf einfach vorbereiten und ja das finde ich super für dich toll dass integriert ist finde ich ein super feature so hat die gruppe auf jeden fall schon mal eine coole erleichterung ja finde ich auf jeden fall cool so wenn euch natürlich noch was mehr zu wo wir einfällt schreibt in die kommentare vielleicht habe ich auch was übersehen es ist jetzt stand von den ersten 24 stunden oder sagen wir mal den ersten 12 stunden weil das erste level cap als zweiter wurde noch nicht geöffnet und daher kann ich nur das sagen mit diesem einem dungeon ja dann ist mir noch was aufgefallen und zwar wurde von genshin impact ein bisschen was geklaut aber was ganz schön wo kann das also das sieht man wirklich und zwar geht es um die karte löffnet ihr die weltkarte fällt mir sofort auf das hast du doch schon mal gesehen so wie es aufgebaut ist die die routen mit den quests die port steine auf der welt das ist alles von genshin impact also das sieht man auf jeden fall hundertprozentig so aus ist nicht schlimm finde ich gut aber hat mich auf jeden fall stark daran erinnert dass dieses design davon kommt dann das weltdesign ja auch so ein bisschen genshin impact live du lässt durch die gegend ein bisschen klasse ist es nicht so als ich würde nicht sagen dass das weltdesign so hundertprozentig ist eine mischung ich so hundertprozentig wo w ist und nicht hundertprozentig genshin aber es geht schon in genshin richtung auch so die charaktere die der paladin diese sich da begleitet die ist schon schießt schon wirklich sehr so gemacht also es sieht schon du siehst auch so ein bisschen asiens da raus und du siehst schon auch also wie sie die gräser gemacht haben und so das ist schon ein kleines bisschen genshin muss ich schon sagen es ist schon wirklich ein kleines bisschen genshin ja das ist das was mir daher aufgefallen ist und dann ist mir noch was aufgefallen weil wir hatten ich hatte vor kurzem erst und dieses thema mit einem meiner zuschauer und zwar von herdering online wurde ein eins kopiert und zwar das loot system schnell looten kennen wir alle gibt es auch bei wo w gibt es auch hier aber hier erntest du sofort also du musst nicht mehr zum boss zum du musst nicht mehr zum zum tier zum tier hingehen also du tötest das tier du bekommst sofort eine ps und du bekommst sofort ist was du bekommst ohne dass du halt hin muss in seine taschen gehst und die sachen plünder ist wo wir auf jetzt zum nächsten thema kommen was mir im spiel aufgefallen ist dass es gar keine plünderung gibt also ich habe von den tieren jetzt so random gar nichts geerntet so also da war also wieder ein gegner hatte irgendwie ein paar silber bei sich also weißt du was ich so was ich so optisch ernten konnte dass ich die tasche vor mir sehe und dass ich sie dann einfach looten kann und sagen kann ich will jetzt das silber nehmen oder ich will jetzt hat jetzt zum beispiel eine hose bei sich oder hat eine blume bei sich das will ich nehmen das war da gar nicht von daher wurde ja natürlich auch nicht mein mein inventar mit müll geflutet habe ich so aufgenommen werden wir sehen wie es in einer weiteren sache geht so dann kommen wir zur zur nächsten großen sache die mich sofort gepackt hat da wusste ich sofort das habt ihr auf jeden fall geklaut und zwar da wurde echt viel von lost ark übernommen das komplette komplette belohnungserfolg system das ist so vielleicht kann es auch so sein dass es so typisch asien style ist so dieses free to play modell bei lost ark ist es auch so du lockst dich ein und überall siehst du erstmal diese roten punkte bei tagesland genau das gleiche diese roten punkte die dir sagen hey da ist was neues klick mal da drauf du klickst da drauf da ist auch was neues hier du musst jetzt den täglichen bonus abholen du musst jetzt hier noch mal hast du noch mal das hast du weil du hier heute eingeloggt hast musst du denn das noch aktivieren und dann gehen wir noch mal hier rein und da bekommst jetzt noch weil du das gemacht hast überall rote punkte und du blickst einfach gar nicht mehr durch es ist nicht so nicht so wie bei wo ww dass du so ein kompaktes system hast weißt du du weißt so tasche fertigkeiten charakter shop fertig soziales so weiße fertig nein bei taris gibt es alles also mittlerweile war das so dass ich schon gar nicht mehr wusste was ich in den letzten minuten gemacht habe wie ich in dieses menü komme ja dann kannst du hier wettkämpfe machen und dann kannst du da aufsteigen und dann kannst du da battle pass und dann kannst du da season und dies und das und alles musst du drücken und machen und muss ich irgendwie zurechtfinden und das ist absolut das weiß nicht ob sich das auch dazu zwingt also das ist also jedenfalls ist das bei lost ark genauso das spiel zwingt dich dazu so oft wie möglich wieder zu kommen kommen morgen wieder kommen in fünf stunden wieder weil dann ist das fertig kommen in sechs stunden wieder dann ist das fertig am besten du bleibst einfach vom rechner sitzen und machst es gar nicht mehr aus das ist einfach du musst du hast so viel zu tun du musst das alles schaffen ja du musst das machen das ist einfach so viel und das hat diese überlagerung wenn ich bei lost ark mal drei tage nicht gespielt habe hat der ganze bildschirm geblinkt und dass das ist bei und das ist jetzt nur eine kleinigkeit wir reden hier von das spiel ist nicht mehr 24 stunden online und da hat schon so viel rotes geblinkt und dass ich habe habe alles abgearbeitet habe eine quest gemacht oder habe zehn minuten gespielt waren schon wieder fünf neue rote punkte ich weiß gar nicht was ich alles gemacht habe ja und ich könnte wetten wenn wir ein bisschen weiter in die zukunft schauen und wir haben irgendwann das end level cap und dann kommen noch bestimmt 100 features dazu dann wird es so krass blinken dass er gar nicht mehr klar kommt also das ist auf jeden fall und sehr krass krass übernommen das sind die sachen die ich jetzt auf den ersten blick gesehen habe ich bleibe natürlich für euch weiterhin dran ich werde hier alles ausnehmen ich will taris land komplett durchleuchten wenn ihr noch was gesehen habt wie gesagt schreibt es in den kommentaren ich bin dafür auf jeden fall sehr dankbar und ja wie hat euch taris land bis jetzt gefallen habt ihr schon gespielt findet ihr es gut weil es ist ja auch so dass es natürlich was neues und also mir macht es auf jeden fall spaß ich muss sagen dass mir das spiel sehr viel spaß macht es ist wirklich wirklich toll und ich mal sehen wie es in die in die zukunft halt ja für uns für uns alle weiter geht ob taris land überleben wird so jetzt ist natürlich die die endfrage für dieses video ist gut kopiert oder gut geklaut besser gespielt und die frage ist natürlich wenn man ein bisschen engstirnig denkt und man sagt sehr scheiße das ist ja nur eine billige kopie nee so eine scheiße spiele ich nicht dann ist das eigentlich nichts unnormales überall auf dieser welt ist es ist es begleitet dich es konfrontiert dich jeden tag irgendwo jede firma die irgendwas auf den markt bringt stellen wir vor dass eine firma die bringt jetzt den neuesten saft der welt raus dauert es nicht lange dass die fünf anderen firmen den saft auch ausbringen ja wird einer geht hier online ein großer streamer dauert es nicht lange spielen es auch einmal alle es ist einfach so konkurrenz belebtes geschäft das war schon immer so und das ist immer so und die anderen leute müssen jetzt einfach aufpassen und ich finde einfach wenn man gut klaut und das hat taris land für mich auf jeden fall gemacht wir haben sachen für mich persönlich von meinem geschmack genommen und haben die in ein spiel gepackt was ich sonst immer nur in fünf verschiedenen spielen einzelne sachen habe und denke bei dem welchen spiel okay das ist cool aber das ist schlecht finde ich hat taris land bis jetzt eine coole sache gemacht sie haben wirklich coole sachen sich abgeschaut und haben die in ihr spiel eingepackt und deswegen finde ich einfach dass es gar nicht so schlimm ist und ja gut geklaut ist besser gespielt muss ich auf jeden fall sagen deswegen ist es gar nicht so schlimm öffnet euch wenn ihr noch bedenken habt öffnet euch einfach lasst euch auf das spiel ein und genießt es einfach und wir werden sehen was sich noch in der zukunft verbirgt bei taris land es gibt noch einige sachen heute hat sich ja zum beispiel der erste raid der hexe geöffnet da werden wir auf jeden fall reingehen und werde euch berichten wie wird dieser raid sein wird da was kopiert worden sein oder nicht bin gespannt meine lieben wenn ihr noch was zu sagen habt schreibt es mir unten in die kommentare würde ich mich sehr freuen und ja wenn euch das video gefallen hat dann lasst auf jeden fall ein like da weiter abonnieren glocke nicht vergessen und dann freue ich mich bis zum nächsten mal macht's gut bleibt gesund euer andré und ciao